Willkommen zu einer neuen Runde Blitzsurvival Games. Heute mit dabei der LukePlays. Hallo und es geht los. Ich habe hier das Trollkit, weil ich voll der Trollololol King bin. Trollololol. Und ab in die Mitte und Sachen nehmen. Ja, Steinax. Boah, ich bin der Beste mit dem Steinax gekommen. Laufen wir zusammen rum oder nicht? Ja, weil... Wenn wir zusammen rumlaufen, dann wagen die Leute in den Kommentaren rum, was du im Team machst. Das darf man nicht. Ja, ist mir scheißegal, weil ich schon zwei Folgen auf meinem Kanal habe, wo ich von einem Team getötet werde. Und uns YouTubern, wenn wir eine gute Aufnahme, nichts anderes übrig bleibt, als Teams zu machen. Da hoffe ich dich zu verprügeln, du Arsch. Das ist einer mit Steinschwert, das ist einer mit Steinschwert. Du Arsch! Ich habe eine Sonnenbrille auf. Ich habe einen Apfel. Vor allem, der verfolgt mich explizit. Ich laufe jetzt hier nach links. Und er verfolgt dich. Dann drehe ich um und laufe zurück und er verfolgt immer noch mich. Alter, du Arschlark! Warte, ich habe ein Steinschwert. Nimm deine Mama und steck sie in den Lavasee. Okay, boxen wie den Tod. Komm, alle auf einmal, hier sind viele Gegner. BAM! BAM! Schädelspalte! BAM! BAM! Meine Axt spalte deinen Kopf! BAM! Das stimmt nicht. Ich will den töten, ich will den töten. Ah, weg mit dir! Hör auf, du bist ein Indianer. Was? Nein. Dieser Schlagbug, Digga. Der geht voll auf den Sack, jo! BAM! Ich treffe ihn nicht. Jo, Arschloch. Boah, ich habe sechs Schneebilder. Ah, der hat einen Bogen! Ich bin voll... Hab ihn! Fakt, da ist jemand mit Rüstung. Hä? BAM! Und hinten! Ich mach mit meiner Axt den rennen. Ich hab die Erschwert... Und das ganzecentes... Wie soll ich das dasselbe, wenn ich die umbringe? Ich mache�ix! Ich spür's ab, jetzt. Ja, hier. Ach, so erzählt doch noch als Steinkill, obwohl ich die eigentlich umgebracht hab die olle Schlampe. Willst du noch ein Steilschwert? Ich hab noch so ein Attack 4 Holzschwert, was ganzes mit Looting 1 und so Okay Mein Gott alter, mein Steilschwert sieht auch aus wie zusammengekackt Ich weiß gar nicht warum ich das benutze Tadeos bleibt stehen Moment ne Tadeos versteht man gar nicht, hab ich noch nicht aufgenommen glaube ich Wir haben vorhin in der Lobby jemand gesehen, der hieß Tadeos Und dann hab ich mich in ihn reingestellt und dann hatte ich Tadeos Nase Weil das halt in seinem Skin vorne dran war Dann hab ich gedacht ich bin Tadeos, dann hat Luke gesagt er ist Tadeos Und dann hat Luke gesagt die Technik Tadeos Die Technik Tadeos Doch ich glaub das hat sich sogar aufgenommen Vielleicht schneid ich es für das Intro Ich hab so ein Schabnis 1, aah, da ist jemand Bogen Bleib stehen ich will dich umbringen, du hast nur noch 3 Herzen Kiwi Sagato aus Kiwi Sagato Da 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 ich hab mir entschattetes Steinschwert Ich Trololololol King ist nicht Ne ich hab das Trollkill, du nicht Achso, ich hab Fliegschneeball Ja Oder wie es das ausspielt Ich hab dich voll getrollt Ich hab dich voll getrollt, gib dich mir im Stirn Boah Trolololol Hä, hier kann man reinfallen, doch nicht, das Glas Voll heftiger Troll, Digga Ich troll den jetzt War das nicht mein Kill Ach schade, ich dachte mein Schneeball hat den umgebracht Ja das war mein Pfeil Und das war der Schneeball, Digga Klar Junge Aslan, schön auf Koran Alter Ich glaub wir zerstören gerade die Aufnahme, dass wir so rum wollen Hey, musst du auf mich anzugreifen? Hallo? Oh Gott, OneHit Kommt noch jemand Auf deinen Schnauze Der kriegt keinen Schaden, ach jetzt doch Ich bin fast tot, ich hab ja nichts gegessen, scheiße Ich kann nicht sprinten Dein anderer rennt auch weg Ich hab gar nichts gegessen, ich hab mich aufpasiert Die ganze Zeit Trollololololol gerufen Ich hab mich nur getrollt, ich hab nichts gegessen Oh Trollololol, oh scheiße Oh Scheiße Oh Scheiße Trollololol, ich hab nur noch 2 1 halb Herzen Boah ich dachte grad ich fall in die Lava da Stell dich mal da rein, stell dich mal da rein Oh Trollololol Nechle Nein, du bist eine spinnenwebe hinten Manoh Ich hab sie in deiner Hand gesehen So wo ist der andere Trollololololol Boah du hast mich grad voll getrollt oh mein gott Warte mal, ey alter Ja, geil, das Schwein hat mir ein Steak gedroppt. Ach, das ist auch kein Wunder, dass er mich vorhin angegriffen hat. Ich dachte schon, warum hat er mich angegriffen? Meins, meins, meins darf. Nein. Hast du ne Hose? Für dich nein. So ne benutzte von dir schon? Ich kenn mich in dem Text nicht aus, das sieht voll hässlich aus. Also nein, das sieht ja geil aus. Du bist auch hässlich. Also wusste ich gleich wieder meine Mama geboren. Alter, ich hab so ein Fortune X, so ein Fortune 10 Schuhe. Wir sind dumm. Ah! Du Hurensohn! Du Hurensohn! Du Hurensohn! Jetzt hab ich deine Scheiße wieder. Oder meine Scheiße wieder. Also die Aufnahme ist so im Arsch. Tja, wir trollen euch jetzt, wir klauen eure Zeit. Oh Gott, wir sind so dumm, ey. Bist du lang gerannt? Links oder rechts? Du hast die Runde eh schon gewonnen, wenn er ein Diamantschwert vom Hood Kit bekommen hat. Hat er 100%ig schon gewonnen. Scheiße. Wer ich? Ja du, wenn du das Diamantschwert aus dem Banditen Kit hast, hast du gewonnen. Also damit zu verlieren, dann gehörst du getötet. Und zwar in echt. Also damit zu verlieren, das schafft niemand. Cool. Chilled. Chilled, Digga. Ist hier irgendwo der Blitz da drin? Nein, Rottenfleisch. Der Blitz da, was ist denn das eigentlich? Das musst du mir jetzt mal erklären. Das ist ein Netherstyle. Den kannst du in irgendeiner Kiste finden. Weil der zufällig spawnt nach diesen 5 Minuten, die jetzt um sind. Aha. Diesen Team. Warte, wo? Wo bist du? Ein Troll ich weg hier mit meinem Steinschwert. Bam. Hab ihn weggetrollt. Und den anderen. Die Troll ich jetzt auch mit meinem Steinschwert weg. Hier ist noch jemand. Die sind zu dritt. Trollolol. Ich troll euch alle drei weg. Trollolol. Äh. Hallo. Aus. Die machen ein Dreierteam. Was sind das denn für Lappens? Und. Hallo. Stehen bleiben. Äh. Äh. Hallo. Ich hab einen Schaden gemacht gerade. So. Den zweiten weggetrollt. Haha. Und Luke beschwert sich, dass er gegen Teams nicht ankommt. Und ich mach ein Dreierteam platt. Alter. Was ist denn Lappen? Ja. Wenn die Teams aber ähm. Trollolol. Ich hab ihn umgebracht. Trollolol. Ich hab die Sachen. Scheiße. Ich hab nichts zu essen. Ich hab so viel zu essen. Alter. Trollolol. Ich hab mich selber vergiftet. Okay. Alter. Ich hab so viel Looting. Scheiße. Und so. Kommt ihr. Kommt ihr. Kommt ihr. Kommt ihr. Kommt ihr. Gebt mit Deckung. Lol. Der schießt so. Trollololololol. Moment. Dann sind wir nur vier zwei, wenn er tot ist im Finale. Ja. Normal. Oh. Der rennt. Oh. Das sind Sachen. Oh. Da ist ne Hose dabei. Die will ich. Hey. Danke für den Fall. Mich abzuschießen ist irgendwie scheiße oder so. Bisschen. Ich bin immer noch nicht vorher geheilt. Mir doch egal. Lebt der Typ noch? Ja da. Lass mich umbringen. Ich troll dich jetzt. Ich lauf dir hinterher. Ich muss mich noch heilen. Töte ihn mal bitte. Hallo. Willst du mich grad angreifen oder was? Warte. Warte. Hahaha. Hahaha. Du lindst richtig getrollt. Hahaha. Hahaha. Dieses Banditengit ist so immer so. Hahaha. 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 Das Lache tut so weh. Ahh. Ahh. Warum ey. Weißt du. Du bist so reingerannt. Ich wollte den in die Lava kicken. Und dann warst du da vor mir. Ja ja ja. Das würde ich jetzt auch sagen. Das war absig. Hahaha. 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 Aber trotzdem sollte man entweder dieses Kid nerven. Oder ich nehme es einfach nur damit. Komm. Dann wird es zu einer Games folgen. Hahaha. Aua. Luke trollt sich selber. Er sorgt dafür, dass sein Lachen weh tut. Trolllalala. 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 Ich hab dich getrollt nur noch. Trolllalala. Trolllalala. Luke ich treu dich jetzt. Ich beende die Aufnahme. Tschö tschö mit Özilon. Trolllalala. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat würde ich mich selber nochmal freuen. Wir sehen uns toll Leute. To pets juice. Wir sehen uns dannen. Bis zum nächsten Mal.